private legungen ein thema das sehr relevant ist was viele interessiert das möchte ich heute einfach mal ansprechen ich fange auch direkt an private legungen mache ich ja derzeit nicht also ich weiß viele wünschen sich das ich bekomme auch immer wieder nachrichten ich mache die momentan nicht weil ich einfach sehr sehr viele persönliche dinge habe dich momentan zu erledigen habe ich habe ein persönliches projekt und natürlich mache ich dann eben auch diese youtube legungen das ist mir eben auch sehr sehr wichtig und für private legungen braucht man einfach zeit und ich möchte die nicht einfach mit mit zwang wo hineinbringen weil du musst dir das so vorstellen eine private legung ist genauso wie hier eine allgemeine legung etwas wofür man zeit braucht wofür man brennen muss und was auch sehr sehr viel energie kostet das bedeutet man muss einfach wenn man es gut macht wenn man es ordentlich macht wenn man es wirklich kann auch viel energie dafür aufwenden und das geht sich momentan bei mir einfach zeitlich nicht aus falls ich es wieder mache wenn ich es wieder mache werde ich es euch auf jeden fall wissen lassen ich werde das natürlich ankündigen aber ich möchte natürlich auch voll mit dabei sein ich möchte mich da voll auf das fokussieren können und deswegen habe ich jetzt eben für mich die entscheidung getroffen dass ich eben vorerst jetzt eine pause mache und mich auf mein projekt fokussiere und dann geben natürlich auch noch auf die legungen hier auf youtube was man wirklich auch sehr sehr viel freude bereitet ich freue mich über das ganze positive feedback und ich freue mich natürlich auch wenn ich weiter helfen kann dann allgemein noch ein paar dinge zu privaten legungen ich weiß es ist gar nicht so einfach einen kartenleger zu finden der für einen passt der auch wirklich gut ist und manchmal kann es auch sein dass man einfach ein bisschen suchen muss bis man einen findet der zu einem passt den man auch mag und der einem auch weiterhelfen kann der nicht einfach nur das sagt was man hören möchte und ich bin zum beispiel jemand und das habe ich schon öfters gesagt und ich sage es auch immer wieder ich sage was mit die karten zeigen ich sage nicht was die leute hören wollen viele wollen einfach eine kartenlegung nur um das zu hören was sie sich wünschen und das ist nicht das was es bei mir gibt natürlich kann es sein dass genau das in der legung vorkommt und genau dass die zukunft ist was man sich eigentlich wünscht das kann passieren dann gratuliere dann ist es gut aber es kann eben auch sein dass es nicht so ist und das ist für viele leute manchmal nicht das was sie sich wünschen und vielleicht ist es für manche leute auch einfach besser wenn sie zu wem gehen der ihnen das sagt was sie hören wollen aber das ist dann keine kartenlegung sondern es ist ein ich gehe wohin und lass mich motivieren hol mir nette worte und lass mir hoffnung machen lass mir meine hoffnung sozusagen bestätigen aber das ist keine ordentliche kartenlegung und es gibt aber auch immer wieder menschen die sagen das habe ich so nicht gedacht und und wieso ist das jetzt so dass das 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 will ich nicht also ich kann mich da an einige erinnern natürlich manche waren sehr sehr glücklich über das was ich gesagt habe aber manche haben gesagt ja dass das das fühle ich nicht so aber man muss bedenken eine private legung ist keine allgemeine legung bei einer privaten legung lässt sich der kartenleger voll auf dich ein und es kann auch sein dass etwas dabei herauskommt was man so nicht empfindet das bedeutet bestes beispiel ich habe gefühle für jemanden und höre dass dieser jemand sich nicht für mich entscheiden möchte manche menschen haben sich gedacht manche nicht manche wissen dass sie abschließen müssen bei manchen ist es so dass der mensch auch gefühle hat einfach ein bisschen zeit braucht aber es gibt da viele varianten aber bei manchen ist es dann einfach so ein bisschen ein schock sage ich mal wenn sie hören dass es es nicht so passieren soll wie sie es sich gewünscht haben und das ist dann eben einfach so ja sie werden es dann eh sehen also es ist auch gar nicht wichtig mir ist das nicht wichtig dass die leute mir wenn ich eine legung mache sagen dass alles toll ist dass das alles genau so ist wie sie sich das wünschen und dass sie mir jetzt glauben es ist gar nicht wichtig dass sie mir im moment glauben es ist vollkommen okay wenn man einfach sagt okay ich nehme das jetzt zur kenntnis und dann sehe ich eh wie es passiert dann warte ich eben noch auf diese bestätigung ist es vollkommen in ordnung und das ist eben der unterschied zur allgemeinen legung bei der allgemeinen legung ist es eben wichtig das ist einfach anders ich würde nicht sagen dass das allgemeine legungen deswegen besser oder schlechter sind nein sie sind einfach ein bisschen anders man ist einfach selbst mehr gefragt weil man eben wirklich auf diese resonanz achten muss man muss wirklich in resonanz gehen mit einer allgemeinen legung das heißt die eigene intuition die eigene sensitivität ist gefragt für den einen ist es einfacher für den anderen ist es schwerer aber man muss sagen man wird auch besser darin das bedeutet eine karten legung eine allgemeine hilft auch dabei deine intuition zu schärfen und das ist ein vorteil der der allgemeinen legung zum beispiel und eins muss man auch sagen was mir zum beispiel einer privaten legung aufgefallen ist nur weil man sich selbst etwas wünscht und sich unbedingt jemanden wünscht heißt das nicht dass man ihn bekommt nur weil man für wen gefühle hat und das ist hart ist aber so heißt es nicht dass alles gut wird und man sieht es ja auch bei den allgemeinen legungen bei mir ist das auch so bei manchen sehe ich einfach dass alles gut wird dann freut es mich für dich bei manchen sage ich aber auch ganz klar dass sich die person vielleicht gar nicht so für einen interessiert oder vielleicht nur mit einem spielt wenn ich es ebenso in den karten lesen kann da möchte ich dir auch gar nicht irgendwas schönreden oder sowas dann war es noch ein großes thema ist und das ist mir manchmal aufgefallen man muss sagen es ist nicht so oft thema aber manchmal ist es doch thema und es geht um die bezahlung es geht um das geld und ich weiß es gibt manche ich kenne jetzt niemanden persönlich aber ich habe davon gehört die sagen ja sie machen die karten legungen kostenlos und die bezahlung ist dann nachher freiwillig und ich halte davon gar nichts weil du musst dir überlegen warum sollte das jemand tun warum sollte jemand der es wirklich gut kann eine karten legung für dich machen mit einer freiwilligen spende nachher je nachdem wie du die legung gefunden hast natürlich soll jeder machen was er glaubt im privaten bereich ist es natürlich auch was anders aber ich sage es mal so wenn ich eine legung für mich mache oder im privaten bereich dann will ich da natürlich gar keine spende haben also entweder ich verlange den preis den ich als fair empfinde für die legung oder wenn ich es eben wie gesagt im privaten bereich mache dann verlange ich eben nichts aber ich ich sage nicht es soll eine freiwillige spende sein es macht einfach keinen sinn für mich ja also bei mir ist es so wenn ich private legungen mache die kosten so und so viel und das ist auch richtig so und wenn damit jemand ein problem hat ist in ordnung ja es gibt kostenlose allgemeine legungen hier auf youtube aber private legungen haben einfach den preis den ich festlege ja und dieser preis wird anhand meines energieaufwandes gemessen das bedeutet das was ich fair finde für die energie die ich investiere das ist der preis der legung und wenn jemand eine legung bucht ist das für ihn auch in ordnung warum solltest du etwas von mir ohne energieausgleich haben wollen wenn ich wohin gehe und was buche was kaufe will ich es auch nicht geschenkt dann zahle ich dafür ich zahle gern dafür natürlich kaufe ich jetzt nicht alles weil bei manchen dingen empfinde ich sie einfach als nicht so wertig wie das geld was ich habe aber so ist das eben und jeder muss das für sich entscheiden ob ihm das dann meine energie wert ist oder nicht ohne dass ich das jetzt beurteile jetzt aber wieder zu diesem die freiwilligen spenden warum ist das so problematisch es ist insofern problematisch weil man eigentlich eine legung machen muss die sich für das gegenüber im moment gut anfühlt ich sage nicht dass man es machen muss das ist vielleicht der falsche ausdruck dafür aber ich sage es mal so vielleicht neigen manche menschen dazu so drücke ich es jetzt mal aus so dass man es mich nicht festnageln kann aber weiß was ich auf was ich anspiele was ich meine das bedeutet wenn ich jemandem etwas sage was ihm nicht gefällt was nicht das ist was er hören möchte wird mir die Person nachher nichts geben wenn ich das auf eine freiwillige auf einer freiwilligen spendenbasis mache oder nur weniger geben und das ist aber falsch weil warum man wollte eine legung über die zukunft und man hat sie bekommen ganz einfach und das ist einfach mein gedankengang auf das bezogen und warum warum sollte das auch jemand machen seine energie und sein können sein talent wenn er das wirklich kann kostenlos für für die ganze welt anzubieten also soll jeder machen wie er will ich kenne jetzt wie gesagt auch persönlich niemanden der es macht aber das ist eben meine überlegung dabei mein gedankengang mit den freiwilligen spenden das ist ein bisschen kritisch wie gesagt weil eine kartenlegung eben nicht als hauptziel haben sollte dass du dich in dem suhlst was du da gehört hast und dass dich das glücklich macht das kann sein aber es ist nicht das hauptziel einer legung und das ist eben das problem bei diesen bei diesen freiwilligen spenden wie gesagt manche machen es es soll jeder machen wie er möchte aber ja sowas das habe ich nie gemacht und würde ich auch nie machen weil es für für mich einfach weil weil ich eben nichts davon halte weil es einfach nicht die Art und Weise ist wie ich wie ich das handhabe und man kann sich das ja auch so vorstellen wie bei einem Arzt ein Arzt kostet was oder er kostet nichts das bedeutet der eine Arzt ist vielleicht irgendein Privatarzt und du gehst hin zahlst dein Geld bekommst das was du brauchst und natürlich es gibt auch schlechte Ärzte da ist es nicht gut aber wir reden jetzt von der Regel vom guten Arzt und es gibt Ärzte die machen es ganz kostenlos die gehen vielleicht irgendwo hin in irgendein Land wo die Leute Hilfe brauchen die kein Geld haben aber die machen es dann eben ganz kostenlos die machen es rein aus Nächstenliebe und nicht weil sie dann von den Leuten irgendeine eine freiwillige Spende haben wollen und das ist einfach meine Meinung zu dem das soll auch jeder machen wie er möchte dann was noch sehr sehr wichtig ist und das möchte ich auch ansprechen ist wenn du merkst dass deine Kartenlegung eine ist die die ja die 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 schön war aber dann tauschst du dich mit anderen aus und die haben genau dasselbe gesagt bekommen und damit meine ich jetzt nicht dass du die dieselbe dieselbe Legung erhältst also wie bei einer kollektiven Legung das ist ja wieder was anderes sondern ich meine Beispiel du hast jemanden den du liebst der dich verlassen hat du gehst zu irgendeinem Kartenleger oder einer Kartenlegerin die sagt dir er kommt zurück und du freust dich dann hast du eine Freundin die die genau dasselbe hat die geht auch zu der und die erzählt dir dann ja meiner kommt auch zurück ja und die kommt bei euch beiden zurück und dann redest du vielleicht mit noch der bei dir war und der kommt auch zurück und im Endeffekt ist es immer dasselbe es ist alles positiv alle werden glücklich alle werden eine eine rosige Zukunft haben und genau das bekommen was sie wollen kann natürlich sein dass es manchmal zutrifft aber man muss sich halt seine eigenen Gedanken drüber machen ja also es gibt einfach Menschen die jeden das erzählen was er hören will und das ist einfach bei den meisten dasselbe und wenn du ein einen Wohlfühltermin haben möchtest der dir Hoffnung macht dann ist das gut für dich wenn du aber eine ordentliche Zukunftslegung haben möchtest dann ist das nicht das Richtige für dich und du musst einfach verstehen wie manche Menschen agieren sie machen Kartenlegungen weil sie wollen dass du immer wieder kommst und wenn man dir immer wieder ein gutes Gefühl gibt bei einer privaten Legung dann tendierst du vielleicht dazu immer wieder zu kommen und das ist eben der Gedanke dahinter und das heißt nicht dass es nicht sein kann dass man nicht mehrere Legungen bei jemandem buchen kann und dass die auch nicht gut sein können die Legungen oder positiv das meine ich gar nicht ich meine nur dass es glaube ich Menschen gibt die dir alles Mögliche sagen nur damit du ihnen wieder Geld gibst ganz einfach und ich bin auch ganz ehrlich ich habe Leute wo ich sage die zum Beispiel dann wo ich merke die kommen immer wieder aber das ist nicht gesund bei manchen Menschen ist das einfach nicht gesund ja natürlich ich habe auch welche die sehr oft kommen wo es aber gesund ist aber es gibt Menschen wo es nicht gesund ist und das sind dann vor allem Menschen die zu mir gehen die jede Woche bei fünf verschiedenen Kartenlegern sind und ein paar davon sagen dann irgendwas anderes und die kommen dann her und wollen jede Woche eine Neulegung fragen dann immer nach der hat das gesagt und der hat das gesagt und dies und das und ist das so und wieso ist das bei dir anders oder ihr habt das gesagt der hat das gesagt das ist nicht gesund für die Person die die Kartenlegung bekommt und ich habe einfach keine Zeit dafür ja also ich möchte nicht hier sein und dauernd mir anhören ja irgendwer anderer das gesagt schauen nochmal nach weil weil man sich zehn verschiedene Meinungen holt es ist für dich nicht gesund und es es ist auch etwas wo ich dann ganz klar sage ich kann dir nicht mehr weiterhelfen anscheinend du vertraust nicht genug in meine Fähigkeiten du brauchst noch hunderttausend verschiedene andere Legungen mach was du glaubst aber ich ich kann dir nicht mehr weiterhelfen ja das ist nicht böse gemeint aber ich kann dir einfach nicht weiterhelfen ja das ist einfach das was ich dann auch ganz offen Leuten sage ja also ich bin niemand der jetzt der jetzt da das notwendig hat von irgendwem dann noch unbedingt das Geld zu nehmen und ihm ihm gut zuzureden nein wenn ich glaube dass ich dir helfen kann dann tue ich es wenn ich der Meinung bin dass ich dir nicht mehr helfen kann dann werde ich das auch sagen ja und das ist einfach das was einen guten Kartenleger ausmacht das auch einfach manchmal sagt ich merke dass du übertreibst dass du jeden Tag ist jetzt vielleicht übertrieben dieselben Fragen stellst und dann am nächsten Tag noch zu wem anderen gehst und dann noch zu wem anderen und dann bei 5 Leuten schaust ob sich das deckt und Unmengen an Geld ausgibst für was was nicht gesund ist weil im Endeffekt was passiert dir wenn du zu 10 Kartenlegern gehst du wirst höchstwahrscheinlich nicht von allem dasselbe hören weil wahrscheinlich nicht alle gut sind und was machst du dann wem glaubst du dann ja dann musst du erst recht warten bis alles passiert und bist noch mehr verunsichert als zu Beginn und bist auch noch Geld und Zeit los und das ist einfach was was man sich durch durch den Kopf gehen lassen muss das war jetzt ein sehr sehr wichtiges Video und deswegen habe ich es auch gemacht auf jeden Fall wünsche ich dir alles Gute bis zu meiner nächsten bis